openoffice.org textverarbeitung hilfe erhalten breiter bietet verschiedene formen der hilfe zusätzlich zu einer vollständigen hilfe datei kann sie wählen ob tooltipps erweiterte tipps oder der hilfeassistent eingeblendet werden sollen wenn sie den mauszeiger für einen moment über irgendeinem symbol ruhen lassen erscheint eine kleine hinweis box der sogenannte tooltipp es gibt eine kurze erklärung der symbol funktion für eine genaue erklärung wählen sie hilfe direkt hilfe und halten den mauszeiger über das symbol über das sie mehr erfahren möchten auf die erweiterte tipps option kann ab openoffice.org 2.0 nicht mehr über das hilfe menü zugegriffen werden die tipps und die erweiterten tipps können sie nun über extras optionen openoffice.org allgemein aktivieren beziehungsweise deaktivieren hilfe gibt es auch unter hilfe openoffice.org hilfe oder sie drücken die taste f1 tipps und viel glück tipps und viel glück tipps 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 tipps